Hallo liebe Freunde des guten Geschmacks, mein Name ist Lania Helm und jetzt das Wichtigste hat jeder hier ein Smartphone dabei, weil ich habe gleich in anderthalb Minuten für jeden, der ein Smartphone hat, ein kleines Geschenk. Ich habe mir damals eine Garage gemietet, vor 14 Jahren, habe da angefangen und habe alles was ich hatte auf dem Kopfgeber noch gesagt so, ich mache jetzt eine Schreinerei und fange einfach mal an. Ja, das lief ganz gut, bis 2011. 2011 lief es dann nicht so gut. Da habe ich ein bisschen umdenken müssen, habe mich ein bisschen fokussiert und habe mich fokussiert auf den Bereich Müllbau, habe Müllmarke Helm Design gegründet und habe seitdem hin vorgefahren Digitalisierung und nur noch Mitarbeiter, die ein Mindset haben. Ich habe Bock, ich habe Leidenschaft, ich habe so richtig Bunsenbrenner in den Augen. Ich muss nichts können, damit ich so richtig Bock habe und dann sind die Bunsenbrenner. Ja, ist so. Ich habe dann angefangen vom Gier ins Menschliche und in die Spaßgebende zu kommen. Und ja, heute haben wir Spaß mit 18 Mitarbeitern auf 1.000 Quadratmeter Produktionsfläche, wo wir Möbel digital vernetzt herstellen. Das ist so ein kleiner Auszug. Hier unten ist unser Team, Privatmöbel, Gewerbemöbel. Und ja, wir machen sehr viel Spaßveranstaltungen bei uns. Mehrfach im Jahr. Hier haben wir letztes Jahr den Strongman Land am Fühlinger See und teilweise auch im Fühlinger See gefasst. Und das ist halt das, was uns total wichtig ist. Wir wollen wirklich nur mit Menschen zu tun haben, die Bock drauf haben, die Leidenschaft haben, sowohl als Kunde, Lieferant und auch Mitarbeitern. Ja, und wir haben echt das beste Team ever, ever. Mittlerweile in diesem Jahr und jetzt auch drei, vier Mal im Jahr Aktivitäten oder Weihnachtsfeiern, wie man es nennt. Und jetzt, wer mehr wissen will, nehmt euer Handy, tippt in die Nummer ein und schickt uns eine SMS mit eurer E-Mail-Adresse. Wenn ihr euch uns jetzt eine SMS mit eurer E-Mail-Adresse schickt, bekommt ihr Zugang zu drei mega exklusiven Traumhäusern. Diese drei Traumhäuser sind alle die letzten sechs Monate realisiert worden und ihr könnt in jedem Haus in wirklich Raum von Raum reingehen, virtuell. Wir waren letztes Jahr die erste Firma. Tschüss!